ja jörg der altkirche zu ist dauerste von uns mit mir und natürlich sind jährlich in der schlucht bettler bettler schlucht und die spiel missionen am anfang und dann gewinnen und bereich und ich zeigen wir starten auslöser was sagen ne ich will nix mehr sagen ich will voll in die schlucht starten hier direkt mit dem flugzeug aufklärungsmission in sektor 10 bis jetzt ist alles ruhig wir checken noch die schluchten und kommen dann zurück alles klar ja klar tempodrosseln bin ich ein behindert vollgas durch ja es gibt noch extra missionen zu der mission ja wir müssen die mission nämlich in unter 6 minuten schaffen und am besten noch ohne die raketen zu benutzen die frage ist wollen wir das direkt probieren ohne raketen angriff ich habe einen von denen weg noch mehr ziele alter der lebt immer noch ich wollte auch ganz endlich ja ich habe zerstört und da kommen wieder direkt hier neue immer direkt am arsch hängen und einfach drauf geben erster geplatzt zweiter noch zwei sind die wo sind die wo sind die ich kann auch meine first person bereich wechseln ist auch nice auf c musst du halten welcher wieder ein weg aus der sie nicht da ist der letzte kommt schon das ist so crazy ja ich habe untergestellt auf 15 prozent oder so ja das ist noch so ein bisschen das fliegen und so ja ich bin es ist auf jeden fall schwammiger geworden als in der beta 1 haben wir ich nehme direkt wieder den rechten der von vorne jetzt kommt er ist das da ich habe auch wieder einen wir haben nur noch vier gegner dann haben wir es schon glaube ich ne da kommt noch eine welle oder wie war das weiß ich nicht so wieder einen ich glaube eine welle kommt dann noch aber wir hatten gerade schon mal einen versuch und dann hat marcus internet wieder gesagt kriegt euch alle ins knie ja und noch einen da und wir haben noch zwei zack 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 schtelndliche platz endlich korn bastille manche hätten so viel aus und manche einfach gar nix ne ja ich habe irgendeinen hinter mir das ist der letzte fahrer hey der mir viel aus jetzt platz endlich ich balle ich die ganze zeit ab alter ich auch ne wir haben die sternen der wichste der ist da nicht unter mir das ist bei mir ach da der macht bisschen kreis der wichse Oh, Alter! Mir wird schlecht. Jetzt hab ich ihn, komm schon, jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Wow, nach 100 Schlägen, Alter. Ich glaub, eine Welle kommt noch und wir haben noch 3 Minuten. Wir sind gut dabei. Hast du schon Leben verloren? Nein. Nein, ist ich auch noch nicht. Aber jetzt kommen sie weiter. Oh, hier kommt die Abfangjäger. Und? Nicht die hier. WTF? Schild aktivieren muss man, Kommander. Ja, aber den würd ich tatsächlich echt dir empfehlen. Aktiviertes Schild, wenn sie auf dich zufliegen. Aber das ist nicht so schön. Erster Down, muss sein. Ich hab auch einen. Ah, ich hab nicht mit zwei da noch. Oder haben wir beide den gleichen geplatzt? Kann auch sein. Ich hab nur gesehen, ich hab nicht auf ihn geschossen, aber... Ja, er hat einfach geplatzt. Bei mir. Okay, ich nimm den da. Den kann ich mich schön dranhängen und bam, wieder einer weg. Aber ich hab welche hinter mir. Erster... Tie Fighter Down. Au. Crazy. Komm schon. Der Platz jetzt muss ich nicht. Du musst mal fürs Personal zu gehen. Das ist mir crazy, älter. Was? Zäh hast du gesagt, ne? Ja, Zäh halten. Das ist... crazy. Das ist einfach so schnell. Oh. Ich kann es dir schon vorstellen. Komm schon, der Platz jetzt endlich. Guter Schuss! Warte, 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 warte. Alter! Alter! Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Oh fuck, ich hab einen hinter mir. Alter, der gibt mir. Wolle! Ja, Alter. Ich muss verpassen. Ich muss verpassen. Ja, er first person ist so mega mad. Ich hab's gerade ausprobiert, ey. Echt ja. Ich komm mir zu dir. Ich komm mir zu dir. Ich komm mir zu dir. Wir haben noch zwei Stück, den machen wir jetzt Sack hier. Ja, ich bin ja da bei der Flücke zu dir. Alter, sonst hindert ja auch einen. Ja. Ich häng mich an dich. Wenn ich... Ich versuch's zumindest. Wenn du nicht so viel Kupfen legst, schaff ich's auch. Ja, ich muss verfolgt den Typen. Ja, dann mach dein Schild an. Wenn du Schaden kriegst, ne? Jetzt, ich häng an deinem Typen dran. Und... Ich glaub ich krieg ihn. Oder? 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 Ich häng an deinen Typen dran. Nein, ich hab ihn nicht bekommen. Er hat mega viel gefressen. Komm schon, jetzt mach ich ihn. Oh, schlechter Ende. Wir bin dumm, fängt's wieder an. Er ist down. Oh! Wir haben's gleich geschafft, das ist der letzte. Oh, Internet. Nice. Geil. Shit. Fick you. Marsch. Yes. Oh, Leck, Alter, Leute, ne? Im Internet ist ja gar... Ist wieder... Megashit, Alter. Oh, Leck, Alter. Ich glaub wir haben's geschafft. Yay! Noch Internetproblem am Ende. Formation bilden Piloten, wir fliegen nach Hause. Piloten? Außer zweistens. Und das sogar mit allen Sondermissionen, glaub ich. Ja, okay, in der Luft war ich schon immer besser als du. Ja. Mal heute. Yes. Wir haben alle Missionen geschafft. Wir haben einfach das Geld, Leute. Ja. Ja, aber warum ist deine Coop-Bestzeit noch 7 Minuten 50? Tch. 5.30 ist meine. Bei mir steht deines noch 7 Minuten 50. Bei mir ist... Bei mir ist alles so. Bei dir ist... Okay, das macht ein Pack scheinbar. So, hätten wir die erste Mission geschafft, dann würde ich sagen, ziehen wir uns das nächste Mal in der zweiten Mission. Frohe. Bis dann, tschau. Bis dann mal in der zweiten Mission. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.